Hallo und willkommen bei einer neuen Folge Big Reacts Powered by OM. Heute ist der Nils mit dabei und wir schauen uns die drei Gruppenphasenspiele der Blast Pro Series an. Das ist eine gute Szene, Nils. Sehr, sehr, sehr oft sieht es aus. Ja, das stimmt, da sieht es echt so aus. Nein, leider veräumt. Ja, nein, guck mal, siehst du, wie ich mich umdrehe und dir meinen Finger zeige. Das ist hier in den Dreck weiter. Ach, Eko ohne. Schön, gut, schöner Schuss vom Rischer. Man kennt ihn. Und jetzt? Ich hab die irgendwie so in Erinnerung, dass wir die Runde verlieren, aber... Nee, oder? Die Runde ist ja eigentlich krass verloren, weil im Eko... Mantu scheiße, ich auch ein bisschen in die Hosen. Ich weiß nicht, wie auch ich noch erlebe. Ja, die nimmt ja nicht immer die Bombe, ey. Ja, der hat Angst. Nervös. Ja, das ist gar nicht ganz. Komische Szene auf jeden Fall, aber sehr souverän von Richel. Blast ist natürlich ein sehr wichtiges Turnier. Wie hast du dich so gefühlt? Erstes Spiel gegen OG? Ich denke, wir waren sehr confident im Blast. Wir haben uns gut vorbereitet. Ich glaube, wir hatten zwei Wochen Zeit oder so nach DreamHack, wenn ich mich nicht irre. Und ja, das haben wir dann bei Blast gezeigt, dass wir uns gut vorbereitet haben. Sehr confident im Turnier gestaltet. Ja, also ich habe auf jeden Fall auch... Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Auch vor allem, dass alle hier waren. Das war auch noch ein entscheidender Punkt. Wir waren sehr gut vorbereitet. Individuell waren wir auch sehr gut drauf. Das haben wir auf jeden Fall auch gezeigt. Gehen wir mal direkt in die nächste Szene, wie confident du warst. Schauen wir uns das mal an mit Deiner Diegel. Das ist eine nur gute Sämt für mir. Daher sind es echt sehr gut gesehen. Guck mal, das ist der entscheidende Unterschied auch gewesen zu diesem Turnier und zum anderen Turnier. Das sieht man direkt auch. Schön. Guck mal, was für ein geiles Spacing auf dem Radar. Guck mal, alle sind aneinander so. Jetzt ein bisschen off, aber... Boah, Junge, was für Mini-Stamps halt da. Ausgetanzt. Ja. Dann jetzt... Ach, Mann, Alter. Schade, ich ace ja die Runde jetzt fast. Dann ein 101 am Ende, aber leider... Ja, aber wie kann das noch ein 101 werden, Carsten eigentlich? Aber richtig kasse Shots, Mann. Shots. Schön. Da kann ich länger überleben. Ja, da musst du länger überleben, ja. Wenn ich länger überlebe, ist es unwahrscheinlich... Ja, gut. Das werden wir noch mal trainieren, wie ins B rausgehen. Das sind sehr leichte Kills, das haben wir eh schon mal gesagt. Ich weiß nicht, im Turnier haben wir eh schon mal festgestellt, dass wir da richtig schlecht leider rausgehen. Wenn der Typ am K ist oder so, macht der immer sehr viele Fracks gegen uns. Das werden wir noch mal gut besprechen und vielleicht ein, zwei Demos angucken von anderen Teams. Werden wir auf jeden Fall gut besprechen nochmal und dann haben wir es drauf. Werden wir gut besprechen, oder? Ja. Da wirst du dich wieder gut vorbereiten, so wie ich dich kenne, Nils. Dann wirst du da schön uns was gut präsentieren. 11-10 OG. War ein echt closest Game eigentlich. Guck mal, da hast du mal schön angesagt, Nils. Und kriegst gleich drei geile Fracks. Ich sag immer schön an. Ja, lass mit regressen. Weil ich ABP ab am B. Ja, richtig. Aber du hast B aber abgesmockt. Nee. Das ist doch. Ja, da hat Can B abgesmockt. Ja, oder Can. Das haben wir besprochen, er hat sich verstanden, was ich gemeint habe. Nein. Achso doch, das kann sein. Aber das ist ja eh trotzdem gut. Man kann ja B absmocken und Mittag übergewessen. Ja klar, aber mein Gedanke war halt, dass ich davor AWP hatte. Und dass sie denken, dass sie da niemals drypeaken ohne Granaten halt. Ja. Ja, das ist ein schönes Aiming, man. Du musst uns am Paras sehen jetzt. Boah, Flo. Nee, die ist ja noch in ihren Ersche. Schön zu spät. Erste sehr, sehr leichte Game, muss ich euch sagen. Also natürlich war es knapp vom Ergebnis her, aber eigentlich ziemlich leicht angefühlt, oder Nils? Ja, wir waren deutlich besser auf jeden Fall. Also das Ergebnis war natürlich closer, aber vom Gefühl her waren wir deutlich, deutlich besser. Und eigentlich haben wir das dann auch echt so gezeigt. Ja, das war das erste Spiel gegen OG. Eigentlich ziemlich ein gutes Spiel für uns. Wir haben ein gutes Grauelsfeld gezeigt. Wir waren auch sehr gut vorbereitet. Natürlich kann alles nicht immer so laufen, wie man es vorgestellt. Aber vom Ergebnis her sind wir sehr zufrieden. 2-0 war ein ordentliches Counter-Strike von uns. Waren auch sehr confident auf Inferno, obwohl sie es gepickt haben. Und ja, ich bin sehr zufrieden mit der Leistung gewesen. Ciao, wir sehen uns dann in der nächsten Folge.